Die benutzt du ja sogar als Gürtel, oder? Genau, bei dem T-Shirt wollte ich das Muster nicht zudecken. Deshalb habe ich die heute mal unten... Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, wie man am Umfeld schon erkennen kann, bin ich aktuell nicht zu Hause, sondern im Urlaub. Oh mein Gott, du bist gar nichts zu erkennen mehr. Einen wunderschönen Laggio Maggiore. Deswegen werden die Intros und auch das Outro jetzt hier von mir aufgenommen. Ihr seht aber eine Reaction aus dem Stream, wo es komplett eskaliert ist. Also ich kann mich nicht erinnern, wann solche schlechten Outfits dabei waren. Also ich bin bis jetzt noch schockiert. Deswegen, liebe Leute, gar nicht mehr länger quatschen. Here we go, mit der Reaction. Ah, das wollten wir sehen. Na, das ist ich ja. Wie bin ich dein Outfit wert? Man, here we go. Man, willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Ihr könnt sehen, hier hinten, Hamburger Instand am Start. Wir sind hier auf irgendeiner Brücke, die auf jeden Fall wackelt. Und das nervt mich, deswegen... Mein Mann geht auf eine Brücke. Was passiert? Sie wackelt. Wie hier runterkommt. Auf jeden Fall, Leute. Wir drehen heute, wie viel ist dein Outfit? Wir haben coole Outfits am Start. Ist natürlich nur Spaß, Leute, wie es Mann und ich sind. Aber Leute, schauen wir zum Rambo. Es muss. Wo ist er? Unser Rambo. So, okay. Nein, ist das Versace? Natürlich wieder das Shisha-Mundstück am Start, Freunde. Die schauen sich sehr ähnlich. Also wenn das der Cousin vom Mann ist, glaube ich sofort. Gib mir den nächsten. Bro, du bist ja gerade zu mir gekommen. Du wolltest gerne mitmachen. Wie heißt... Ah, der baut sich jetzt überall ein. Überall baut er sich jetzt ein bei den... Wie viel ist dein Outfit-Wert-Videos? Ich heiße Rami. Rami? Ja. A.K.A. Rambo. Rami, mein Kunstlername ist Rambo. Sein Kunstlername, Leute. Rambo? Ja. Okay, Rambo nennen wir dich dann. Ja, kein Problem. So, weil wir sind hier in der Öffentlichkeit, dann müssen wir dich jetzt Rambo nennen. Rambo? Ja. Hau mal raus, was hast du an? Hau mal bei den Schuhen an. Bei meinen Schuhen... Ich hab... Also Air Force an. Standard Air Force. Ich glaube, die kosten... Standard Air Force. Man kennt's. Man kennt's, oder? Und er hat schon wieder die Hose. Er hat schon wieder die Hose so umgestülpt. Schon wieder so fett. Mein Gott, na! Lern doch! Und wie die schon... Bist du fett. Der rennt schon am Leder, Leute. Der rennt schon am Leder. 180, 190. 180, 190, ja. Deine Jeans. Dann hab ich Armani-Socken. Ich weiß... Armani-Socken. Ja, Armani-Socken. Ganz wichtig. Die kosten vielleicht 10 oder so. Keine Ahnung. Armani-Flex muss hier auch mit reingehauen werden. Weißt du Bescheid? Die Jeans. Jeans von Tommi Hilfiger. Und schwarzes... Schwarzes... Bist du fett. Und wie die Hose fittet. Ganz, 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 ganz schlimme Katastrophe. Und dann so dreimal. Das hat er dreimal umgestülpt. Das ist nur mehr so... Ganz, ganz. Oh mein Gott. Bist du das wahnsinnig fette Beute. Ich hab ihn so von... 120 geholt. 120? Ja, in Europa Passage. Gürtel hast du nicht an? Gürtel hab ich leider heute nicht an, ja. Okay, okay. Dein Shirt. Aber wichtig, dass er das Shirt trotzdem dann nochmal in die Hose steckt, wenn er kein Gürtel an hat, um zu zeigen, ja, ich krieg den Knopf noch zu. Gürtel hab ich leider heute nicht an, ja. Okay, okay. Dein Shirt. Mein Shirt ist von Versace. Doch Versace. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Das ist... Das, was Prinz Markus in die alte Kleiderbox geschmissen hat, hat er sich nochmal rausgefasst. Ganz, ganz schlimmes Ding. Na ja, weil? Na ja, weil Versace? Bei Mentos, ne, bei Mentos. Bei Mentos, okay. Genau, ich hab den geholt vor... Ich glaub, entweder 160 oder 170. Das ist Versace Jeans, ne? Ne, äh... Ne, das ist... Ah, Versace. Culture oder sowas. Feminist. Ja. Okay. Deine Ketten. Mach, jetzt kommt's wieder. Jetzt kommt wieder die... Hm, 50.000 Euro für dieses Essmundstück und da noch 10.000 Euro Flex aus Libanon. Handgeprägt von einem UN-Soldaten, der aus seinem Munitionskiste mir mit Blut noch versehen eine Kette daraus gebastelt hat mit 240 Millionen Karate. Ketten, äh, also das... Ich schwör, Bruder, die hat 240 Karate. Minimum. Die hat 240 Karate. Ich seh, du hast ne Rope-Chain. Ja, das ist hier 18k. Ich glaub... Kosten... 18k Rad, meinst du? Ja. Nein. Ich glaub, die kosten so... Schau, ich hab' schau' wie er lügt. Ihr weiß es ganz genau, dass er gleich lügt. Sein Gesichtsausdruck. Schaut sich... Nein. Schau, schau, schau. Ich glaub, die kosten so... Bullshit. Einfach Bullshit. Bullshit einfach. Ich weiß... 8900. Ja, genau. Na sicher. 8900 Cent. 9900, genau. Und das hier auch in Cartier. Cartier. Ja, was ist ja safe. Von der Katti hast du es bekommen. Aber nix Cartier. Bruder, ich schwör, 1800 Karate. Aber wie viel die kosten auch rollt, das ist ne Kette von Cartier. Ja, safe. Natürlich. Kennt doch ja. Das sieht man doch sofort machen, oder? Ich glaub, der kostet auch safe... 2000 oder sowas. Ja, safe. Hundertprozentig. Ich park mein Leben nicht mehr. Jaaaaaaah. Ja, 2000. Also ich hab' die Kette noch nie von der Cartier gesehen. Und ich hab' den auch von meiner Mutter geschenkt bekommen. Ja, ja, na sicher. Einfach was neues heute, ne? Dann haben wir heute ein Shisha-Mundstück. Ein Shisha-Mundstück? Ist auch auf 18 Karat. Ich glaub' die kostet 500 oder so. Und das packst du, wenn du jetzt irgendwo draus bist, bist du einfach in deine Shisha rein und raus damit? Jaaah. Nein, ich brauch' nicht damit. Ist einfach nur so... Ne? Krass. Ein Shisha-Mundstück. Eist... Nicht Eist Out. Voll Gold. Jaaah. Shisha-Mundstück Voll Gold. Jaaah. Da hab' ich noch die Ringe, Dicker. Ich glaub' der kostet... ...sechs bis 500, weiß ich nicht. Der ist da eh viermal zu klein. Wir hatten dich da reingesprengt. Der auch genau so. Der auch genau so, okay. Ja, das war's? Ja. Das ist der Endbetrag. Genau, ist das der Endbetrag? Ja, 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 komm, hau rein. Komm, hau rein deinen Plug. Nur um das geht's dir ja. Fake flexen und dann pluggen. Endbetrag und gull mein Name auf YouTube Rambo. Check mein S-Single auf. Hellalmoney mit einem geilen Video. Schon dann. Er geht einfach aus dem Bild. Er geht einfach. Das war jetzt ihm das Wichtigste. Flexen mit absolutem Fake-Shit. Und dann Hellalmoney. Ich bin der, der viel Kohle hat. Bullshit. Absoluter Bullshit. Sowas von, ja, da ist man an die Plattform. Du bist noch nicht fertig, Bro. Ich hatte noch eine Frage. Was ist das? Ich hatte noch eine Frage. Und zwar... Cringe. Cringe. Den sehen wir bald bei Sascha. Ja, safe bei den Insta-Rappern. Du kennst ja von allen Dingern nicht so gut die Preis, ne? Nein. Mann, deckt ihn jetzt auf. Mann, komm. Let's go. Woran liegt das? Weiß du, Bro. Ich hol dir immer... Du holst, achtest nicht auf Preis. Maler, ne? Krank. Ich hab sogar noch... Ich hab sogar noch eine Lacoste unterhustet. Ah. Ja, bitte, Bruder. Zeig uns die. Der Unterhausenplex will dir auch noch rauskommen, ne? Kommt bald, Dingser. Ein neues Single kommt bald und hört einfach bald auf. Was geht? Was ist das für ein Typ? Ich kann... Vielleicht kommt er in dem Nix... Mach ein Umstyling-Video mit dem. Ja, Mann, ey, Mann. Oh mein Gott, ich muss pissen vor lauter Anstrengung, weil ich es nicht mehr... Oh mein Gott. Auf meinem YouTube-Kanal addiert das. Ich werde einfach sehen. Okay. Ich werde einfach mit meinem Style halt... Alle Leute überzeugen... Nein, du wirst mit deinem Style alle Leute zum Erbrechen bringen. Weil du einfach die Fähigkeit hast, die hässlichsten Pieces herauszunehmen und sie im Gesamtensemble nochmal viel hässlicher wirken zu lassen. Du hast... Das ist deine... Das ist dein Gift. Der ist einfach dein Gift. Congrats zu diesem Skill, Bruder. Congrats. Was ich drauf hab... Euer Rambo. Ich bin gespannt. Euer Rambo. So als würde er jetzt noch einen Brief schreiben. Euer Rambo. Drecks Outfits. Euer Rambo. Check das mal ab. Was geht aber besser? Na... Am liebsten würde ich den wieder auf die Glatze dreschen. Boah, ich würde das echt gern wieder mal machen. Efran. Efran? Efran, genau. Ah. Was? Wie eine Kochschürze. Ich hab... Wer bindet sich die Bauchtasche so um? Wer? Wer macht sowas? Mann. Congrats. Vielen lieben Dank, dass du mir immer so tolle Leute raussuchst. Ganz schlimm. Oh mein Gott. Kennst du es natürlich, brauchen wir nicht reden. Gar nicht mein Fall. Gar nicht mein Fall. Also, auch das Shirt ist ihm zu klein einfach oder der Fit ist einfach wack, don't know. Aber wie, 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 wie... Was hat er da drin? Die Registrierkasse, einen Stift und einen Block, um die Bestellungen aufzunehmen und ein Wettex. Ein Tischtuch für die Deutschen. Du wolltest auch mitmachen, fahr mal bei deinen Schuhen an. Ähm, das ist ein Air Force. Neue Air Force. Und das ist das nächste, was ich nicht verstehe. Wenn die Schuhbänder so lang sind, dann fädle doch noch ein Loch ein, Bruder. Wenn du da dauernd draufsteigst. Und die schwarzen... Da, du hast noch drei Löcher. Was? Habe ich vor einigen Tagen erst gekauft. Ähm, kostet 100 Euro. 100 Euro, ja. Digga, geil, ist doch Schuhweißbeschein. Wieso hat der die Tasche so umgebunden? Seine Jeans? Die Jeans von Calvin Klein. Calvin Klein. Ja, Jeans ist okay. Oh mein. Was ist denn das schon wieder? Was ist denn das schon wieder? Schaut aus wie eine G-Shock als goldener Ring. Und die Apple Watch dazu. 120 Euro, okay. Wie schlimm schaut das aus als Bauchtasche? Das hat einen coolen Fit. Ja, also, das ist meine Lieblingshose. Ähm, soll ich die direkt vor der Tasche kommen oder? Ich hole die Tasche raus. Die benutzt du ja sogar als Gürtel, oder? Genau, bei dem T-Shirt wollte ich das Muster nicht zudecken. Deshalb habe ich die heute mal unten getrunken. Bei dem T-Shirt wollte ich das Muster nicht zudecken. Und deswegen habe ich mir gedacht, wo wird das Muster nicht abgedeckt? Hm, ich trage es mal als Gürtel. Hm, Spiegel? Hm, f-f-f-fresh. Ich mache den Job nicht mehr lang mit. Das ist... Der Stuhl auch nicht. Ich werfe den jetzt nicht nochmal. Mann, dass du da nicht in einen Lachkrampf verfällst. Ich verstehe es nicht. Ich müsste... Wir stiegen auf 630 sogar. 630, okay. Ähm, dein Shirt? Genau, mein T-Shirt ist von Kenzo. Kostet 125 Euro. Ja, 125, ja. Du hast hier noch... Wie er auch so dasteht. Als wäre er der Rambo. Ring von Versace, oder? Genau, ähm, der liegt bei 220. Da habe ich noch eine Apple Watch. Der schaut strange aus. Ob der echt ist? Hm, wer weiß. Die dritte Generation, etwas älter schon. Habe ich damals von 450 gekauft. Diese Tasche, ey. Ich packe mein Leben nicht. Ich packe mein Leben nicht. Wie, 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 wie schaut das aus? Und was ist dein Outfit? Ja, das war's. Jeder Endbetrag. Wer alt bist du? Ich bin 16. 16. Kannst du dir so eine teure Tasche leisten? Ja, Kellner. Kellner. Das war ein Geschenk von meiner Mutter. Ah, okay. Krass. Geil. Ja. Ich danke dir, Bro. Das war's ja schon. Ja. Würdest du vielleicht jemanden grüßen, was du in die Kamera sagst? Äh, meine... Ich grüße Rambo. Äh, Efran.55. Ich weiß Bescheid, das war's. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben coole Outfits am Start. Extrem coole Outfits, Mann. Wirklich. Also, Wahnsinn. Super Outfits rausgesucht. Leute, das hier war ja mal eine Katastrophe. Das war ja mal eine Katastrophe. Oh mein Gott. Also, das war... Jetzt bin ich fertig. Jetzt könntest du mich ins Bett legen. Jetzt brauchen wir irgendwas zum Runterkommen. Weil sonst... Sonst halte ich das nicht aus. Vor allem feiere ich einfach, wie die Rottöne zu gar nichts anpassen. Aber man muss dazu sagen, der Track ist nicht so scheiße, wie er sich anzieht. Ganz, ganz schlimmes Ding, Leute. Die Outfits, ganz, ganz schlimm. Also, das wird sein Markenzeichen. Das sehe ich jetzt schon. Der braucht auch noch einen Namen. Der braucht auch noch einen Namen. Rambo... Nein, wisst du was? Der braucht gar keinen Namen mehr. Rambo passt wie die Faust auf Sorge. Aber leider nicht wie der Körper in die Hose. Ja, Freunde, ich bin wortlos. Was soll ich zu diesen Outfits noch sagen? Absolute Katastrophe. Und ich bin mir sicher, diesen Rambo werden wir leider noch öfter sehen. Aber, Freunde, wenn es euch gut gefallen hat, wenn ihr lachen musstet, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Seid dabei in der Maximilian-Arme. Ich verlinke mich jetzt noch hier und hier ein weiteres Video. Und wenn mir nicht allzu fad ist im Urlaub, drehe ich natürlich für Freitag noch ein Video. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich werde chillen, Freunde. Ansonsten das Video am Sonntag. Das war's von mir. Euer Maximilian.